I am the Jochenland, this is the Foolsport für Sonntag, den 24. Juli 2022. Schönen guten Morgen. Wir haben die erste Medaille bei der Leichterledigen Weltmeisterschaft. Also wir im Sinne von nicht ich, aber andere haben das geschafft. Und zwar die deutsche 4x100 Meter Staffel der Frauen. Die hat es geschafft, im Finale Bronze zu erringen. Tatjana Pinto, Alexander Burka, Gina Lückenkämper und Rebecca Hase haben also damit endlich am vorletzten Tag der Weltmeisterschaften die erste Medaille fürs deutsche Team erlaufen. Gold geht an die USA, Silber an Jamaika, aber Bronze ans deutsche Team. Und ganz herzlichen Glückwunsch an dieses Quartett zu der ersten Medaille und zu ihrer Medaille vor allem. Denen ist es ja wurscht, ob es jetzt die erste oder neunte ist, aber sie haben es geschafft. Und sie sind tatsächlich die drittbeste Staffel der Welt gewesen in diesem Rennen. Das ist ein tolles Ergebnis und das freut uns natürlich sehr. Bei den Männern gab es Gold für Kanada. Auch das ein bisschen überraschend, knapp vor den USA. Die waren natürlich hoch favorisiert nach ihren bisherigen Laufverfolgen hier. Aber Kanada hat ihnen da ein Schnippchen geschlagen am Schluss und da die Medaille quasi weggeklaut. Kann man mal machen. Glückwunsch also an die Kanadier. Bronze geht hier an Großbritannien. Das ist jetzt auch nicht so völlig überraschend gewesen. Sind wir mal ehrlich. Was gab es noch an Medaillen zu berichten? Zum Beispiel über 800 Meter der Männer geht Gold nach Kenia. Emanuel Kip Kourui Kourir ist der neue Weltmeister hier. Dann haben wir die 500 Meter der Frauen mit Gold nach Äthiopien für Gudav Tsegai. Wir haben den neuen Speerwurf-Weltmeister, der gleichzeitig der alte Speerwurf-Weltmeister ist. Anderson Peters aus Granada. Und wir haben dort auch einen Julian Weber, der auf dem vierten Platz liegend knapp die Bronze-Medaille verpasst hat. Das ist super schade. Das hätte schon die erste Medaille heute sein können. Aber vierter Platz auch. Das ist immer so ein Ding. Eigentlich ein tolles Ergebnis für Julian Weber. Aber klar. Die Medaille war dann doch wirklich in Reichweite. Und er lag bis zum letzten Wurf sogar auf Platz 3. Und wurde noch überholt. Aber gut. Trotzdem vierter Platz. Abhaken. Nächstes Mal wieder. Pedro Pichardo ist Dreisprung-Weltmeister geworden aus Portugal. Den hatten wir noch offen. Und das müssten die Entscheidungen gewesen sein. Es gab noch ein paar Vorkämpfe. Da hat Malayka Mihambo sich im Weitsprung der Frauen fürs Finale heute qualifiziert. Heute Nacht ja der letzte Tag bei diesen Wettkämpfen. Und in den 4x400 Meter Staffeln, da sind sowohl die deutschen Herren als auch die deutschen Damen im Vorlauf leider ausgeschieden. So. Große Baustelle an den letzten beiden Tagen ist aber der Zehnkampf der Männer. Und also logischerweise gibt er keinen bei den Frauen. Und da schauen wir mal drauf, wie es aussieht nach den ersten 5 Disziplinen gestern. Da haben wir zwei Deutsche in den Top 10. Und zwar Leo Neugebauer. Der liegt auf Platz 7. Und Niklas Kaul, der Titelverteidiger, liegt auf Platz 8. Das dürfen ja vier Deutsche hier starten, weil wir den Titelverteidiger stellen. Das ist Niklas Kaul. Der hat das Startrecht sowieso. Und dazu geben noch eben drei weitere nationale Teilnehmer. Also Neugebauer liegt auf 7. Kaul auf 8. Das ist für ihn jetzt gar nicht mal so schlecht. Denn wir wissen ja alle von damals, 2019, Kauls bester Tag von 2 ist der zweite. Denn da kommen seine starken Disziplinen. Die muss er halt jetzt aber auch wirklich abliefern dann. Und dann kann er von dem 8. Platz, was wirklich keine so schlechte Ausgangslage ist, vielleicht wirklich Richtung Medaillenringe schielen. Führung liegt Aidan Owens de Lerme aus Puerto Rico. Denn Damien Warner, der muss verletzungsbedingt aufgeben, der Kanadier. Der hier sicherlich ganz großer Favorit gewesen wäre. Ist aber halt so. Und man muss 10 Disziplinen durchhalten. Das ist nun mal das Vertragte hier. Das hat er nicht getan. Damit also die Tür vielleicht offen für jemand anderen. Vielleicht gibt es sogar zwei deutschen Medaillen. Wo wir nicht bemüht, ich werde. Kai Katzmierig liegt auf Platz 13. Und Tim Nowak, der ist momentan 20. Der wird mit den Medaillen nichts mehr zu tun haben. Da bin ich mir relativ sicher. Aber nur noch mal gucken, wie weit da es noch geht. Bei diesen Wettkämpfen. Und das ist auch gleich mal ein Programm des heutigen Tages. Drei Blöcke diesmal. Erstmal gibt es um 15.15 Uhr deutscher Zeit die letzte Straßenveranstaltung. Nämlich das Finale über 35 Kilometer gehende Männer. Mit Karl Domann, Christoph Erlinke und Karl Junghans. Die werden also um viertel nach drei starten. Sportschau stream, Sportstudio stream 15.15. Ich glaube, Sportstudio streamt nicht diesmal. Ich glaube, Sportschau streamt heute den Tag über. Also viertel nach drei könnt ihr auf jeden Fall auf sportschau.de den Stream gucken. Wenn ihr das Gehen durch die Straßen von Eugene gerne sehen möchtet. 18.30 Uhr dann die frühe Session oder die Afternoon Session oder wie man es nennen möchte. Bei uns die Frühabendsession. Mit ein bisschen was, aber mit dem zentralen Thema ganz klar den Zehnkampf. Wir haben die 110 Meter Hürden um halb sieben mit unseren vier Deutschen am Start. Wir haben dann im Anschluss um halb acht den Diskuswurf. Und um kurz nach neun startet dann der Stabhochsprung. Also Disziplinen sechs, sieben und acht. Dann ist wieder Pause. Dann geht es nachtens weiter. Wieder um zehn nach eins startet die Übertragung im ersten. Und dann geht es um zwei dann weiter mit dem Speerwurf als neunte Zehnkampfdisziplin. Und im Abschluss machen dann die 15 Meter um vier Uhr zwanzig. Das ist dann gleichzeitig das letzte Event aus deutscher Sicht bei diesen Wettbewerben. Es gibt danach noch die viermal 400 Meter Staffel. Aber ich hatte es schon erwähnt, leider ohne deutsche Beteiligung. Dazwischen gibt es noch ein paar Finals mit deutscher Beteiligung. Und zwar im Stabhochsprung. Bucana Linda Bäre und Oleksia Nickel sind dort beide dabei. Um halb drei geht das los. Um drei startet dann der Weitsprung mit Malaikami Hamburg. Und ebenfalls um drei die 5000 Meter. Das Finale mit Sam Parsons. Also eine Laufstrecke, wo aus deutscher Sicht doch noch jemand mit dabei ist im Finale. Wer Lust hat, sich nochmal die Nacht um die Ohren zu schlagen. Was heißt nochmal? Wer Lust hat, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Man merkt bei mir auch langsam eine leichte Müdigkeit, glaube ich. Kann das nochmal tun. Und dann ist aber rum. Und die nächsten Tage ist dann erstmal nachts nichts mehr. Das ist die gute Nachricht daran. So, das war leicht erledigt. Also im ersten seid ihr dabei. Und dann ab 1.10 Uhr eben auch auf dem linearen Fernsehen dann die finale Night Session. Im wahrsten Sinne des Wortes. Fechtweltmeisterschaften sind vorbei. Die deutschen Säbeldamen sind im Viertelfinale an Spanien leider gescheitert. Und damit bleibt es zum Schluss dabei, dass das deutsche Team eine Medaille geholt hat durch Alexandran Dolo die Silberne gleich am Anfang. Und sonst gab es nichts. Nichts, aber verlierst du mal, gewinn die anderen, wie es immer so schön heißt. Schauen wir weiter zum Fußball. Da gab es gestern zweite Bundesliga mit dem Frankenderby 2-0 von Nürnberg gegen Fürth am Ende. Dann haben wir Heidenheim 3-0 gegen Braunschweig gewonnen. Und vorüber gehen Tabellenführer. Die Tabelle ist aber noch schief, weil heute noch Spiele stattfinden. Wir fahren nach zwei Spieltagen. Wissen wir alle, heißt das noch gar nichts. Kiel gegen Kaiserslautern 2-2, ebenso wie Hannover gegen St. Pauli 2-2. Heute geht es dann weiter mit den letzten drei Spielen des zweiten Spieltags. Alle um 13.30 Uhr. Und da haben wir das nächste Nordduell HSV gegen Hansa Rostock. Dazu gibt es Bielefeld gegen Regensburg und Karlsruhe gegen den 1. FC Magdeburg. Alle drei Spiele live auf Sky Bundesliga. Und. Verzeihung. Und fertig. Das wollte ich jetzt sogar nicht sagen. Und dann ist der Spieltag vorbei. Die dritte Liga hat gestern ihren Spieltag ganz groß eröffnet. Osnabrück schon am Freitag 1-0 ja gewonnen gegen Duisburg. Gestern dann der auch hier vorübergehende Tabellenführer. Erstmal Elversberg. Die gewinnen 5-1 bei Rot-Weiß-Elsen im Aufsteigerduell. Das hat man nicht kommen sehen. Spektakel gab es bei Dresden gegen 60 München. 3-4. Oldenburg-Mappen trennen sich unentschieden. 1-1 im Emsland-Duell. Ingolstadt schlägt Bayreuth mit 1-0. Und Waldorf-Mannheim gegen Betreuil-Köln. 3-1. Dazu Saarbrücken gegen Pferd. 1-0. Das sind die Spiele vom Tage. Gestern, wie gesagt, Tabelle schenken wir uns. Heute zwei weitere Partien. Freiburgs zweite gegen Aue um 13 Uhr. Und dann aber Zickau gegen Halle um 14 Uhr. Beide Spiele live auf Magentasport natürlich zu sehen. Speaking of Fußball, da sind wir dann... Was für eine internationale Einleitung, ne? Da sind wir dann gleich bei der Frauen-Europameisterschaft. Da gab es das letzte Viertelfinale gestern. Frankreich hat in der Verlängerung per Elfmeter gewonnen gegen Niederlande. Unterm Strich verdient. Muss man sagen. Und generell sind jetzt im Halbfinale wirklich auch die meiner Meinung nach vier besten Teams dieses Turniers dabei. Kann man nicht meckern. Wir haben am Dienstag England gegen Schweden und am Mittwoch dann Deutschland gegen Frankreich. Das sind die beiden Halbfinalspiele. Und ich glaube, das werden zwei sehr attraktive Partien werden. Ich sage dann wieder Bescheid am Dienstag, wenn es losgeht. Soweit zum Fußball. Dann schauen wir auf die Tour de France. Da hat gestern Bart von Aert mal wieder eine Etappe gewonnen. Und zwar das Einzelzeitfahren von La Cappelle nach Mar... Oh Gott. La Cappelle Marival Rocamadour. Das war die Strecke. Vergess es bitte. Also war schon Aert gewinnt vor Jonas Winkegaard. Also Team Jumbo Wismar wieder ganz derbe vorne mit dabei. Pogatza Dritter. Garen Thomas Vierter. Also die Leute, die in der Gesamtwertung auch dann wirklich vorne sind bei diesem Zeitfahren vorne. Plus Wort von Aert. Und damit haben wir das Gesamtklassement der Tour de France. Wir haben auf Platz 1, wie er... Also es war jetzt keine Überraschung mehr, muss man sagen. Gestern hat sich nicht mehr viel getan. Jonas Winkegaard im gelben Trikot und auch im Bergtrikot. Leider, wie wir ja mitbekommen hatten. Er liegt vorne auf Platz 1. Dreieinhalb Minuten vor Tate Pogatza. Und der wiederum liegt knapp fünf Minuten vor Garen Thomas auf Platz 3. Der wiederum nach hinten auch einen riesen Vorsprung hat. Also das wird, wenn heute nichts mehr Dramatisches passiert, wenn keiner mehr Corona sich einfängt. Oder einen derben Sturz hinlegt, werden das die drei sein, die das Podest bilden. Winkegaard, Pogatza und Thomas. Wort von Aert. Also Pogatza im weißen Trikot und Wort von Aert im grünen Trikot. Nach Paris. Die Deutschen liegen in der Gesamtwertung beisammen. Die ersten. Wir haben Schachmann auf 46, Zimmermann auf 47 und Gershka auf 48. Das ist doch ein schönes Beisammensein. Heute gibt es dann also nochmal auf den Champs-Élysées die letzte Massenankunft. Oder auch nicht. Aber wahrscheinlich schon. Werden wir sehen. 16.45 wird gestartet. Das Ganze könnt ihr live verfolgen. Natürlich auf Eurosport. Und auch im Ersten. Heute komplett im Ersten ab 17 Uhr. Die werden da also nicht mehr auf Bonn rüber gehen. Aber dafür hat Bonn im Programm die Tour de France Femme. Das geht nämlich heute los. Genau. Eine Woche lang fahren die Frauen eine Tour de France. Die allerdings nur im Norden Frankreich stattfindet. Das sind nur sieben Etappen. Das beginnt heute in Paris. Das machen sie recht clever. Das ist eh schon alles aufgebaut. Champs-Élysées ist abgesperrt für die Männer dann. Und dann fährt man um 13.20 Uhr, lässt man die Frauen starten. Und sagt, kommt, fahrt ihr einfach auch mal hier eine Runde durch Paris. Wir haben die Strecke ja. Und da gibt es also auch dann eine Ankunft auf den Champs-Élysées. Und dann fahren die von Paris Richtung Osten. Mit Kopfschmerz- und Pflaster-Passagen dazwischen. Und mit Ankunft auf der letzten Etappe dann ganz oben auf der Super-Planche de Belfi. Wir erinnern uns, das ist auch bei den Männern schon eine ganz spannende Geschichte gewesen. Da wird es also nächsten Sonntag dann hochgehen und enden. Das Ganze auch live begleitet von Eurosport 1 ab 13.20 Uhr und Einsatz von One. Also Radsport ist hier auch weiterhin ein großes Thema. Das ist doch für die Frauen eine positive Nachricht, dass die auch hier durchaus präsent sind in den Medien. Finde ich gut, wer das gucken will. Schau rein 13.20 Uhr in den beiden genannten Sendern. Und danach eben im Anschluss kann man direkt weitergucken. Doch, man muss nur von One auf die Sportschau umschalten. Aber dann ist man dabei bei der Männer-Etappe in Paris und rund um Paris. Formel 1 gibt es zwischendrin ab 15 Uhr aus Frankreich. Und zwar mit Charles-Éclair von der Pole Position vor Max Verstappen, Pérez und Hamilton. Das sind die ersten vier. Aus deutscher Sicht startet Vettel von der 12 und Mick Schumacher von der 17. Lief nicht so optimal für die beiden Deutschen. Aber gut, das im Rennen ist immer noch mal was anderes. Das werden wir dann sehen, was da dann noch passiert. So, 15 Uhr also Sky. Formel 1. Da müssen wir diese Kanäle immer noch ein bisschen gewöhnen. Wer Darts gucken möchte, da gab es gestern die Halbfinale im World Matchplay. Relief klares Ding. Gervin Price gewonnen gegen Danny Noppert. Und Michael van Gervin gewinnt gegen Dimitri van den Berg. Und damit haben wir heute das große Finale. Price gegen van Gervin. Und ich sag mal so, nicht das Schlechteste, was die Darts, der Darts-Sport, wie auch immer, zu bieten hat. Das Ganze dann heute Best of 35 Legs. Also man muss 18 gewinnen, um hier dann der Sieger zu werden. 22 Uhr geht's los. Live auf The Zone. Wer Lust hat auf World Matchplay, guckt rein. Und wird dort also seine Freude damit haben können. Heute Nachmittag gibt's schon Football aus der ILF. Und zwar Hamburg Sea Devils. Die sind zu Gast bei der Rheinfire aus Lüsseldorf. Die Hamburger liegen ja vorn in der Nordgruppe, der Northern Conference. Und die Rheinfire, die sind momentan Zweiter hinter Barcelona im Süden. Die rangeln so ein bisschen darum, noch als bester Zweiter in die Playoffs zu rutschen. Es sind noch ein paar Spiele Zeit, keine Sorge. Aber gerade hier im Süden gab's gestern eine dicke Überraschung. Ich hab's ja gestern gejinxt bis zum Gegend. Hab ich noch erzählt, ja, was für ein tolles Spiel. Istanbul 0 zu 6 gegen Barcelona 5 zu 1. Ja, Pustekuchen. Istanbul gewinnt. Holt damit seinen allerersten Saisonsieg überhaupt. Ausgerechnet gegen die schier übermächtig scheinenden Barcelona Dragons. Die tatsächlich in der Saison jetzt erst das zweite Spiel verloren haben. Allerdings das zweite in Folge. Das erste hatten sie verloren gegen die Vienna Vikings da im direkten Duell im Topspiel. Und jetzt verlieren sie also gegen Istanbul das nächste. Das hat man nicht kommen sehen. So ist es aber manchmal im Football. Oder generell im Sport. Deswegen mögen wir ja Sport so gerne. Also Ryan Feier gegen Hamburg Sea Devils. 15 Uhr. Wenn ihr Lust habt, guckt rein. Und ProSiebenMax, Rande E und so weiter. Ihr kennt die üblichen Kanäle, auf denen ihr das ganze Spektakulum verfolgen könnt. Und so eben auch dieses heutige Duell. Die GFL spielt auch noch mit Allgäu Comets gegen Marburg Mercenaries. Um 15 Uhr auf Sport Deutschland TV. Und da auch noch mal ein kurzer Blick aufs gestrige Geschehen in der GFL. Da haben wir die Straubing Spiders. Die haben schon wieder gewonnen. Die marschieren im Süden aber auch ganz schön diese Saison. Haben jetzt eine 5 zu 1 Bilanz. Liegen auf Platz 3 hinter den Münchnern. Und Schwäbisch Hall. Die liegen nach wie vor vorne. Gestern auch wieder gegen Frankfurt Universe. 52-0 gewonnen. Was sind das für Ergebnisse? Universe abgeschlagen letzter. Und die werden wohl absteigen, so wie es aussieht. Auch hier ein paar Spieltage noch hin. Aber bei den bisher gezeigten Leistungen. 38 Punkte gemacht in 5 Spielen. 38 in 5. Und 295 kassiert. Das ist schon ganz schön ernüchternd. Ähnlich wie Düsseldorf in der Nordgruppe übrigens. Das muss man auch sagen. Da sieht es auch ganz schön wüste aus. Dort im Norden liegt Potsdam weiterhin vorne. Die Royals gewinnen das Topspiel in Braunschweig. Nämlich auch sowas von klar. 65-26. Damit also Potsdam und Schwäbisch Hall. Momentan die beiden ganz großen Teams hier. Wie gesagt, die Munich Cowboys möchte ich nicht unterschlagen. Die sind auch noch ganz gut mit dabei. Und es gab noch das Berliner Derby gestern hier. Berliner Adler. Die verlieren gegen die Berlin Rebels. In einem wirklich knappen Ding am Ende. 44-49. Also Grüße da an alle, die da involviert sind. In die beiden Teams. Oder generell in die GFL. Das war doch eine nette Partie gestern. Hamburg meldet Tennis-Finals. Und zwar bei den Frauen. Annette Konterweit verliert das Damenfinale. Das ist inzwischen fertig. Und das hat sie verloren gegen Bernarda Pera aus den USA. Glückwunsch also an die. Und das Männerfinale steht heute auf dem Programm in Hamburg. Da geht es nämlich... Achso, Pütz-Wienes. Sorry, das wollte ich schon nachträgen gestern. Die scheitern tatsächlich wieder an Glas... Also wieder. Nein, nicht wieder. Auch. Genau wie Krabi's Mies eine Runde davor. An Glaspool. Helio Vara. Was ist das für eine Geheim-Buff auf einmal? Glaspool. Helio Vara. Also die sind ja richtig on fire momentan. Dann hauen hier ein deutsches Team nach dem anderen raus. Wäre schlecht. So. Jetzt spielen sie heute im Finale. Und im Einzelfinale haben wir Alcaras gegen Musetti. Das sollte eigentlich für Alcaras ein klares Ding werden. Ab 3 Uhr könnt ihr reinschauen auf ServusTV. Davor schon ab 13 Uhr bringen sie das Herren-Doppelfinale. Mit Glaspool. Helio Vara. Wenn ihr es gucken wollt. Und es gibt auch noch ein Finale in Gstaat. Da trifft Kaspar Rüth auf Matteo Berrettini. Auch nicht schlechtes. Vor dem Nachmittag auf Sky Tennis zu sehen. Wer das weiter mitverfolgen möchte, kann das natürlich gerne hier tun. So. Jetzt gehen wir langsam die Themen aus. Ich glaube, es reicht auch. Football hatten wir. Tennis hatten wir gerade. Darts hatte ich schon. Ich glaube, da sind wir auch jetzt durch mit allem. Und Leichterledig halt eben. Genau. Bis dahin. Situ. Ich bedanke mich für das Zuschauen heute. Morgen dann ziehen wir Resümee über das Wochenende, über Leichtathletik, über Tour de France. Alles dann rum. Und dann nächste Woche wird es ein bisschen entspannter im Plan. Und dann kommen aber langsam auch schon am Horizont die nächsten. Alles DFB-Pokal startet nächstes Wochenende. Und dann gehen wir langsam aber sicher auf die European Championships in München zu. Auch das steht uns dann ins Haus. Und vieles weitere mehr. Alles erfahrt ihr hier auf diesem Kanal. Einfach dabei bleiben. Ich erzähle euch, was halt so los ist. Und ihr verpasst nichts. Schönen Sonntag euch. Danke fürs Zuschauen. Und gerne bis morgen hier wieder. Würde mich freuen. Ciao.